Die Eagle Technology GmbH aus Bremen gewinnt für den Eagle UD Pocket, der Desktop für die Hosentasche, den Gold Stevie Award in der Kategorie Bestes neues Produkt oder Dienstleistung im Bereich sonstiger Hardware. Heute Abend bei uns, um den Gold Stevie Award entgeben zu nehmen, ist Frau Iris Hatzenbichler, Marketing Director von EMEA. Eagle ist einer der führenden Anbieter leistungsfähige Endpoint Management Lösungen, mit der Unternehmen ihre IT-Infrastruktur vereinfachen können. Herzlichen Dank an die Jury in erster Linie. Wir als Eagle sehen diesen Award wirklich als nächsten Schritt, um zu einem international agierenden Softwareunternehmen zu werden. Unser kleiner UD Pocket hat 2017 den Stevie Award in Amerika schon gewonnen und umso mehr freut es uns jetzt, dass wir auch in Deutschland angekommen sind. Herzlichen Dank dafür und allen anderen einen schönen Abend noch.